Ja, einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar und wir wollen uns heute der ältesten Währung der Welt zuwenden, nämlich dem Goldpreis. Reichlich Spannung in der vergangenen Woche, wir hatten dies thematisiert in einem extra Artikel, in einem größeren Artikel, der hier den Goldpreis generell unter die Lupe nahm, auch mit dem Big Picture auf Sicht der letzten 15 Jahre. Aber wir wollen uns hier im Devisenradar vielmehr dem Intraday-Bereich widmen oder auch hier speziell der kurzfristigen Tagestendenzen. Und da sehen wir hier, und das ist der unveränderte Chart vom Freitag, dass wir uns jetzt hier über das Hoch hinausarbeiten, hier über das Hoch vom 14. Mai 1227,29 Dollar. Und wir haben auch hier heute schon in der Morning Session diesen Widerstand bei rund 123 Dollar überwunden. Und dieser war es ja, der hier zunächst Anfang April und dann eben auch hier nochmal zuletzt in der vergangenen Woche zunächst ein Stück weit die Euphorie rausnahm. Also man hätte hier durchaus annehmen können, dass der Goldpreis abermals scheitert. Doch wir sehen hier oder sahen am Freitag schon diese Art Hammerkerze in vortrefflicher Ausbildung heute die positive Bestätigung. Und man darf jetzt erwarten, wenn der Goldpreis hier nicht mehr signifikant unter 1220 Dollar einbricht, dass hier die Party nach oben grundsätzlich für die nächsten Tage erstmal eröffnet ist. Das heißt, kurzfristig haben wir hier ein Ziellevel im Bereich 1242 Dollar. Das lässt sich auch hier aus dieser Horizontalebene herleiten. Also im Bereich 1240, 1243 Dollar sollte es erstmal zu einer kleinen Intraday-Pause bzw. Pause auf Tagesbasis kommen. Also hier oben könnte der Goldpreis ein Stück weit durchschnaufen, um dann letztlich hier 1275, 1270 Dollar etwa anzusteuern. Das ist ja schon ein Stück weit zu steil. Man kann es ruhig auf Tagesbasis ein Stück weit nach rechts ziehen. Da wären wir dann im Bereich 1270 Dollar. Das erscheint hier auf jeden Fall ein nächstes Ziel im Sinne des aktuellen Ausbruchs. Denn wir haben hier auf der Oberseite generell dann erstmal keinerlei Widerstände kurzfristiger Natur. Die bauen sich dann erst alle eine Etage weiter höher auf. Grundsätzlich muss man sagen, hier der Bereich von 1270 Dollar scheint kurzfristig in jedem Falle möglich. Und das erlaubt doch einiges an Spielraum. Hier oben, wenn wir in diesem Niveau oder bei diesem Niveau angekommen sind, muss man abwarten, was passiert. Hier haben wir es ja mit dem längerfristigen Abwärtstrend zu tun. Rührt hier auch vom Sommer 2013 her. Und da wird es eben spannend, was der Markt speziell an diesem Level macht. Hier dann kurzfristig eine größere Gegenbewegung denkbar, die dann eben hier wieder in einen nächsten Aufwärtsschub münden könnte. Und dann ist man auch hier im Bereich 1300, 1310 US-Dollar, die Unse. Da wird es dann richtig spannend, ob der Goldpreis hier die nachhaltige Kraft besitzt, wirklich nach oben aufzudrehen, wirklich nach oben auszubrechen. Das muss man, wie gesagt, dann im Kalkül bearbeiten oder betrachten, wenn es soweit ist. Generell, und das kennen Sie, wenn Sie den Artikel vom Freitag schon gelesen haben, die Saisonalität derzeit im höchsten Maße bullisch. Also es ist so, dass wir direkt hier im Mai, dann zum Ende, Anfang Juni, gegebenenfalls gelegentlich eine kleine Konsolidierung erfahren, um dann hier nochmal einen richtigen Aufwärtsmomentumsschub zu erleben, der je nachdem, wie der Sommer sich dann verhält, in eine Konsolidierung mündet, um dann letztlich nochmal final durchzustarten. Mit Volatilität ist in jedem Falle erstmal zu rechnen. Sei es nach oben oder sei es nach unten, das bleibt mal abzuwarten. Rein technisch haben wir jetzt hier die Perspektive nach oben aufgebrochen und es verspricht sich weiteres Potenzial auf der Oberseite. Von den Wochentagen selbst, die sind alle hier sichtlich angeschlagen. Das kennen Sie, der Goldpreis ja ohnehin im übergeordneten Abwärtstrend. Und das lässt sich auch hier sehr schön ablesen. Wir haben hier keinen einzigen Handelstag, der statistisch während des letzten Handelsjahres, während der letzten 52 Wochen hier positiv endete. Wir hatten sicherlich hier eine Tendenz am Dienstag eher zu einer positiven Richtung. Aber ansonsten alles grottend negativ. Das ist natürlich hier sicherlich mittellangfristig kein Dauerzustand. Das heißt, die Werte dürften sich früher oder später wieder ein Stück weit erholen, gerade wenn der Goldpreis eben auch nach oben auftritt. Interessant hierbei, im Overall, das betrifft die letzten 15 Jahre seit dem Jahr 2000, ist der Freitag mit 58 Prozent ein sehr, sehr bullischer Tag. Und gegebenenfalls ist das auch einer der Tage, die dann hier kurzfristig auch wieder nach oben anziehen. Denn mit 46 Prozent ist es nicht gar so schlimm wie heute am Montag, Schrägstrich hier insbesondere Mittwoch und Donnerstag mit nur 40 Prozent positiver Schlusspreise. Aber die Statistik, wie gesagt, ist nicht in Stein gemeißelt, die ist dynamisch. Und soll der Goldpreis jetzt hier eine Erholung erfahren, dann können sich hier auch die statistisch negativen Tageswerte erheblich verbessern. Und das dürfte dann eben auch wieder zu einer gewissen Stabilisierung beim Goldpreis führen. Schrägstrich jetzt kurzfristig, wie gesagt, ist der Bulli hier los. Und jetzt schauen wir uns auch mal kurz im Stundenchartintervall aktuell an. Da haben wir hier einen ganz, ganz sauberen Aufwärtstrend, der sich hier sehr schön bildet. Man kann auch hier, das werden die Rainbow Trader auch sehen, sehr schön den Rainbowchart einzeichnen, der sich hier in einer sehr, sehr positiven Momentumstruktur darstellt. Und wenn man dies dann jetzt so ein Stück weit koppelt mit Support und Resistance Levels, dann haben wir hier kurzfristig im Bereich 1225, also oberhalb des Widerstandslevel auf Tagesbasis 1223, hier eine Supportzone, die, wenn der Goldpreis diese heute jetzt anläuft, und wir sehen in der Autosan in der Vorstunde hier eine Art Shooting Star am Resistance Level 1 vom Pivotpunkt abgeleitet, könnte jetzt eine kurzfristige Konsolidierung bedeuten, eben bis zum Bereich 1225 Dollar. Von dort ausgehend dann beim Goldpreis hier sehr, sehr gute Chancen, wenn er von diesem Level abprallt, dass wir dann wieder einen Aufwärtslauf nach oben sehen, denn die heutige Range hat gerade mal 10,80 Dollar, also hier die Spanne bislang, und im Schnitt bewegt sich der Goldpreis dann doch schon Richtung 14, 15 Dollar. Also gute 5 Dollar sind hier noch zu erwarten an Woller. Der erste Schub wird hier offenbar gerade verdaut. Wenn wir hier bei 1225 stoppen, Schreckstrich davor wieder bullisch eindrehen, dann, mein lieben Zuschauer, sieht es so aus, als würde der Goldpreis weiter nach oben durchstarten. Also tendenziell hier alles mal gar nicht so schlecht, und die bullischen Zeichen mehren sich, so dass der Goldpreis hier für die nächsten Tage, Schreckstrich, Wochen nach oben driven dürfte. Option B muss man ganz klar sagen, wenn es hier zu einem Fake-Ausbruch kommt, kritisch wären Niveaus unter 1200 Dollar die Unse anzusehen. Wenn das passiert, dann haben wir nicht nur den heutigen Ausbruch relativiert, dann hätten wir hier auch ganz klar die Gefahr, dass wir hier diese durchbrochene Abwärtstrendlinie wieder unterschritten haben. Dann wäre hier dieser kurzfristige Aufwärtstrend sicherlich ein Thema, aber dann muss man davon ausgehen, dass 1180, 1165 Dollar die Unse dann sicherlich die nächsten Abwärtsziele wären. Ob es so kommt, das bleibt mal abzuworten, denn aktuell, wie gesagt, erschließt sich hier ein sichtlich bullisches Momentum, und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich sage jetzt erst mal an dieser Stelle, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten, auch am heutigen Tag. Jetzt schon mal in Vorbereitung dessen muss ich sagen, wir gehen auf Sendepause bis zum 8.6., bis zum Montag, bis zum Juni des 8.6., also in drei Wochen hören wir uns wieder, dann gibt es das Devisenradar wieder täglich zur gewohnten Zeit, gegebenenfalls auch mit der Option, dass wir ein Stück weit eine Verschiebung noch nach vorne vornehmen, aber das ist alles noch in Planung, rein generell seien Sie informiert. Ab dem 8.6. geht es hier weiter mit der täglichen Beschau von diversen Devisenpaaren. Ich wünsche Ihnen erst mal bis dahin eine sehr, sehr gute und gesunde Zeit, viel Erfolg an den Märkten und wenn Sie mögen, hören wir uns da wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.